Hey, mein Mann! Guck mal, wer da ist! Hallo! Hättest du nicht was Gutes spielen können? Sie haben die Tür zertrümmert, bevor ich Wünsche entgegennehmen konnte. Durftest du denn den Plattenspieler mitnehmen? Ich hatte es hier drin. Und da drin. Das ist das Schöne an Musik. Sie können sie dir nicht nehmen. Habt ihr bei Musik nie sowas empfunden? Man braucht Musik, um nichts zu vergessen. Vergessen? Und nicht zu vergessen, dass es nach Orte auf der Welt gibt, die nicht aus Stein sind. Dass in deinem Inneren etwas ist, das sie nicht kriegen können. Das dir allein gehört. Das ist ein Mensch, wie es ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.